Du bist heiß, eiskalt, du bist heiß, eiskalt, mein ungliedes Herz und Herz. Facettenreich, begeisternd, leistungsstark, heimatverbunden. Das alles sind wir, der gemischte Chor Amante de la Musica aus Menden im Sauerland. Wir singen aus Leidenschaft, wir singen aus Überzeugung, wir singen bei jeder Gelegenheit und aus jedem Anlass. Wir sind leistungsstark, kein Chor wie jeder andere, das ist uns wichtig. Amante, das sind sympathische Menschen, familiär mit einem starken Wir-Gefühl. Mitmachen lohnt sich genauso wie zuhören. Unsere Erfolgsgeschichte begann 1986 als junger Chor Menden. Seit 1998 schreiben wir die weiteren Kapitel unter unserem neuen Namen Amante de la Musica, der aus der italienischen Sprache stammt und alles beinhaltet, was wir sind. Musikliebhaber, Freunde der Musik. Ambitionierte Dirigenten haben unseren musikalischen Werdegang geprägt, uns das Gefühl für Intonation, Dynamik und Bühnenpräsenz vermittelt. Auftritte in ganz Deutschland, Konzertreisen ins europäische Ausland, TV-Auftritte und Hörfunkerlebnisse, CD-Produktionen, unzählige Konzerte und echte Specials sind der rote Faden durch die Chorgeschichte von Amante. Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein. So besagt es ein Sprichwort, das auch unseren Anspruch aufzeigt. Wir singen mit 50 aktiven Frauen und Männern. Das Durchschnittsalter liegt übrigens nur bei 33 Jahren. Wir singen vier- bis achtstimmig, aus drei Generationen, kommen aus zahlreichen Städten, aus einem Grund, der puren Freude am Chorgesang. Der entspringt auch das große Gemeinschaftsgefühl, das die unzähligen Aktivitäten außerhalb der Bühne erklärt. Kontaktieren Sie uns. Schmökern Sie online auf unserer Homepage, schauen Sie sich unsere Videos auf YouTube an oder besorgen Sie sich unsere CDs. Besser, Sie erleben uns live, denn unsere Musik sagt mehr als tausend Worte. Be happy for you. Du, 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 du!